Was im Namen der VWL, der Volkswirtschaftslehre, gemacht wird, ist eine Beleidigung für andere wissenschaftliche Disziplinen. An vielen Unis dominiert weiterhin die Denkschule der Neoklassik oder sehr stark daran angelehnte Denkschulen, obwohl sie größtenteils theoretisch und empirisch widerlegt sind. An meinem Versuch, daran als Student an der Universität Maastricht etwas zu ändern, dann habe ich gemerkt, es geht häufig nicht um Wissenschaft und es geht auch nicht um das bessere Argument. Es geht vielfach um Karrieren von Professoren und es geht um einen Glaubenskrieg. Ich hätte das alles damals so nicht für möglich gehalten und will euch deshalb die Story von meinem offenen Brief erzählen, den ich damals an den Dekan der Uni Maastricht und die ganzen VWL-Professoren geschickt habe und den der Dekan nachher als Kriegserklärung bezeichnete. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video sprechen wir aber mal mehr über Lehre als um Politik, genauer gesagt, wie die VWL daran scheitert, an vielen Unis sich zu erneuern und stattdessen einen Glaubenskrieg führt. Bevor wir aber dazu kommen, darf ich euch die neue Ausgabe des Jacobin Magazins präsentieren. Beste Weihnachtslektüre kann ich nur sagen. Es geht hochaktuell um die Probleme der Linken. Der Titel ist deswegen im Fegefeuer. Treffender könnte man es nicht wählen. Wenn ihr einen Schnapper machen wollt, dann findet ihr unter dem Video einen Link, wo ihr ein Abo abschließen könnt, das im ersten Jahr um 10% vergünstigt ist. Checkt das unbedingt mal aus. Vom Fegefeuer zurück zum Glaubenskrieg. Aber mal der Reihe nach. Wir schreiben das Jahr 2019. Ich bin im Master an der Universität Maastricht. Engagiere mich nebenbei bei der Pluralu-Gruppe, Pine, Puralism and Economics, von der Studentengruppe, ca. 10 Leute, die sich in Maastricht dafür engagieren, wenn es in Lehre breiter aufgestellt wird, nicht nur diese neoklassische Einheitshose, und eben alternative Veranstaltungen organisiert, eine Konferenz, Diskussionsgruppen, Vorträge, was auch immer. Jetzt kann man sich fragen, warum Änderungen am Lehrplan? Nun, die Uni Maastricht ist, wie viele andere Universitäten, eine neoklassische Hochburg, wo eben nur die Neoklassik als die einzig wahre ökonomische Denkschule gelehrt wird. Es ist in der VWL häufig so, dass es mehr als Naturwissenschaft groß ist. Wo Schwarz und Weiß gibt gelehrt wird, nicht als Sozialwissenschaften und verschiedene Perspektiven, verschiedene Erklärungsansätze berücksichtigen muss. Das hat sich die Studenteninitiative Plurale Ökonomik in Deutschland, zu der dann auch Pine, Maastricht, wo ich mich engagiert habe, im weitesten Sinne gezählt hat, zur Aufgabe genommen zu ändern und zu adressieren, damit die Volkswirtschaftslehre sich insgesamt breiter aufstellt. Um aber nicht mehr nur rumzulabern und die Uni anzubetteln, bitte, bitte gib doch den Studis mal irgendeinen kritischen Kurs mit einer alternativen Sichtweise, sondern mal zu Potte zu kommen und ein bisschen Druck aufzubauen, hatte ich die Idee, mit der Studiegruppe einen offenen Brief zu schreiben, in dem wir zeigen, liebe Uni, schau mal her, was ihr den Studenten beibringt, wie Banken funktionieren, ist falsch. Hier ist, was Banken selber sagen, hier ist, was Zentralbanken sagen, hier ist ein empirischer Beweis, da steht überall was anderes drin. Bitte überprüft es doch mal selber, was ihr da so macht. Und wenn ihr auch zu dem Schluss kommt, dass das, was in den Lehrbüchern und in euren Vorlesungen so gesagt und geschrieben wird, nicht korrekt ist, wie wäre es, wenn ihr das dann mal anpasst? Das Kalkül damals, wenn sie an der Stelle akzeptieren, dass die Lehrbücher nicht akkurat sind, weil zum Beispiel Banken und Zentralbanken was anderes sagen, dann können sie die nicht weiter nutzen, dann brauchen sie neue Lehrbücher. Und das wäre ein Moment, wo wir als Studenteninitiative, als PIN in einem Moment der Stärke rein können und eben uns vielleicht mit an den Tisch setzen können, um neue Bücher zu implementieren. Das wäre natürlich ein Erfolg gewesen. Jetzt kann man ja noch die Frage stellen, warum haben wir denn damals das Bankenbeispiel gewählt, um die Uni aufzumischen und nicht irgendein anderes Beispiel. Nun, weil bei dem Bankenbeispiel die Evidenzlage so klar ist und weil es da eben ein Schwarz oder Weiß gibt. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, verleiht sie dann Ersparnisse oder schafft sie neues Geld, wenn sie einen Kredit vergibt. Das kann man ganz klar nachweisen, indem man sich die Bilanzen anguckt. Wenn sie nur Ersparnisse verleiht, wäre das nur eine Kontenumbuchung, ein Aktivtausch in der Bilanz. Und wenn sie neues Geld schöpft, würde sie nicht nur ein Konto umbuchen, sondern ein neues Konto erzeugen und damit die Bilanz eben verlängern. Es gibt Schwarz und Weiß hier. Man kann es ganz klar empirisch prüfen. Dazu kommt, die Annahmen über Geld sind natürlich das Fundament einer jeder ökonomischen Theorie und Denkschule. Und die Frage, sind Banken nur Verleiher von Ersparnissen oder schöpfen sie Geld, wenn sie einen Kredit vergeben, beeinflusst die wesentlichsten ökonomischen Fragen. Ist Geld eine knappe Ressource? Braucht es Ersparnisse, um Investitionen zu finanzieren? Verdrängt ein Staat private Investitionen, wenn er sich verschuldet? Wenn all das nicht so ist, weil Banken anders funktionieren, als die Neoklassik angibt, dann muss die ganze Neoklassik in sich zusammenfallen. Soweit zur Strategie und zum Kalkül, nun zum Brief selbst. Denn auf einem Brief haben meine Peinkollegen und ich einen Tag vor Veröffentlichung an alle VWL-Professoren, an den Dekanen und an den Studiendekanen der Universität Maastricht geschickt. Was steht drin? Nun, nach ein bisschen Anfangsfabla, erstmal zum Anlass. Mit diesem offenen Brief möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die wirtschaftswissenschaftliche Lehre an unserer Universität in Bezug auf die Fragestellung, wie Banken und Geldschöpfungsmechanismen innerhalb unseres Finanzsystems funktionieren, konträr zum empirischen Forschungsstand und der ansonsten hochqualitativen Lehre an der Universität Maastricht stehen. Derzeit werden die weitverbreiteten, jedoch fehlerhaften Loanable Funds and Money Multiplayer-Ansätze, die auch Theorien sagen können, an der Universität Maastricht unterrichtet, obgleich Zentralbanken wie auch Geschäftsbanken in diversen Publikationen aufgezeigt haben, dass diese Konzepte irreführend sind. Im Anschluss daran haben wir erstmal wiedergegeben, was dann tatsächlich an der Universität gelehrt wird, also die sogenannte Loanable Funds Theory vor allem, aber auch der Money Multiplayer. Dafür haben wir uns die Mühe gemacht, haben uns über alle Jahrgänge, über alle Kurse angeguckt, welche Lehrbücher werden denn verwendet und sind durch einige Kursmaterialien sonst noch gegangen. Und da kam eben raus, ja, vor allem die Loanable Funds Theory, nach der Banken fälschlicherweise einfach als Vermittler von Ersparnissen gesehen werden, geben kein Geldschöpfen, wenn sie einen Kreditvergeben dargestellt werden, wird quer über alle Jahrgänge, alle Kurse verwendet, ob Mikro, ob Makro, ob Entwicklungsökonomie, ob International Economics, überall. Ein beispielhaftes Zitat habe ich mitgebracht, die anderen könnt ihr euch im Brief, der außerdem unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, selber angucken. Zitat, ein Finanzintermediär leiht Geldmittel von Kreditgebern, Sparern und nutzt diese, um Kredite an Kreditnehmer, Investoren zu vergeben. Im Ergebnis werden mit Hilfe des Finanzintermediärs, in Klammern, der Bank, Geldmittel von Kreditgebern, Sparern zu Kreditnehmern, Investoren transferiert. Das ist also genau das, was ich eben gesagt habe. Es gibt einen Sparer, der bringt sein Geld zur Bank und die Bank nutzt genau dieses Geld, um es als Kredit zu vergeben. Aber komm, weil es so schön ist, habe ich noch ein anderes Zitat dabei. Banken und andere Finanzinstitutionen sind jene Wirtschaftseinheiten, die Angebot und Nachfrage auf dem Kreditmarkt zusammenbringen. Man kann es sich wie folgt vorstellen. Wenn Sie Ihre Ersparnisse auf Ihrem Bankkonto einzahlen, wissen Sie nicht, wer dies am Ende nutzen wird. Die Bank bündelt alle Ersparniseinlagen und nutzt diese, um verschiedene Arten von Krediten zu vergeben. Banken sind Organisationen, die eine Brücke zwischen Sparern und Investoren bauen. Aufgrund dieser Rolle werden sie Finanzintermediäre genannt. Allgemein gesprochen, Finanzintermediäre transferieren das Geldangebot der Sparer zur Geldnachfrage der Kreditnehmer. Dieser Loanable Funds-Ansatz impliziert zwei grundfalsche Schlusswirkungen. Er impliziert erstens, dass Geld knapp ist, eine begrenzte Ressource ist und er impliziert zweitens, dass irgendjemand erstmal sparen muss, falls irgendjemand anderes sich Geld leihen will, um zum Beispiel zu investieren. Das heißt, er impliziert, dass die Ersparnisse der Sparer die Investitionen der Kreditnehmer finanzieren. Beides, wie gesagt, grundlegend falsch. Und nur falls jemand von euch glauben sollte, die Universität Maastricht sei hier eine Ausnahme oder die gerade zitierten Lehrbücher seien eine Ausnahme, weit gefehlt. Auch im weltweit meistgenutzten VWL-Lehrbuch, dem von Greg Mankiew, wird auch in der Version von 2021 dieser Quatsch noch vermittelt. Ich zitiere, Die primäre Aufgabe einer Bank ist es, Einlagen von denen anzunehmen, die sparen möchten und diese für Kredite an diejenigen zu nutzen, die sich Geld leihen möchten. Wenn nicht gerade dieser Loanable Funds-Quatsch gelehrt wird, wird meistens der sogenannte Money Multiplier gelehrt. Der Money Multiplier-Ansatz besagt, die einzelne Bank ist weiterhin nur Finanzintermediär, kann nicht eigenständig Geld schöpfen, Aber alle Banken zusammen im Kollektiv können die Zentralbankgeldmangel vervielfachen und damit die Geldmenge erweitern. Dabei ist die Geldmenge, die so theoretisch durch dieses Vervielfachen erzeugt werden könnte, durch die Höhe der Zentralbankguthaben der Banken beschränkt, die wiederum, so die Theorie, angebotsseitig von der Zentralbank und vor allem durch Festlegung der Mindestreservepflicht, des Mindestreservesatzes festgelegt bzw. gesteuert werden kann. Ein Lehrbuchzitat dazu. Die Zentralbank eines Landes kontrolliert die Geldmenge. Streng genommen kontrolliert die Zentralbank durch das Ausgeben von Bargeld und das Schöpfen von Zentralbankguthaben der Geschäftsbanken jedoch nur die Geldmenge M0. Nichtsdestotrotz besitzt die Zentralbank ausreichend Möglichkeiten, die es ihr ermöglichen, die Geldmenge M1 indirekt, aber mit hinreichender Genauigkeit zu kontrollieren. Kurzer Hinweis für diejenigen, die jetzt mit M0, M1, M2, M3 nichts anfangen können. Die einzige wichtige Unterscheidung, die Details sind hier egal, ist M0, das ist Zentralbankguthaben und Bargeld. Und bei M1, M2, M3 kommen dann Produkte der Banken mit dazu, Girokonten, Sparkonten und so weiter und so fort. Und die Theorie besagt eben, die Zentralbank kann M0 steuern und kontrollieren und davon abhängig ist eben, was bei M1, M2, M3 so passiert, was also die Banken anbieten können. Zurück zur Lehre. So, jetzt könnte man sich da hinstellen und sagen, komm, es gibt die Lohne-Befanz-Theorie, ist halt eine Theorie, eine Sichtweise. Es gibt den Money-Multiplier, ist eine Theorie, eine Sichtweise. Und dann gibt es auch das, was du da jetzt gerade gesagt hast, Credit-Creation-Theorie, also das Banken Geld schöpfen, wenn sie Kredite vergeben, das ist eine andere Theorie. Die kann man ja alle irgendwie gleichberechtigt machen, da machen wir eine schöne Suppe oder so daraus. Nein, erstens wird das nicht gemacht. Es wird vor allem Lohne-Befanz unterrichtet. Das hochkommt dann noch Money-Multiplier. Das andere, Credit-Creation-Theorie, wird nicht unterrichtet. Und die drei widersprechen sich. Und in dem Fall gibt es leider kein Grau. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Nur eins, was richtig ist. Entweder die Bilanz wird nicht länger oder sie wird länger. Und das beschreiben die ersten beiden, Lohne-Befanz und Money-Multiplier, eben genau nicht. Der krasse Unterschied ist zwischen Lohne-Befanz und Credit-Creation. Geld wird geschöpft, kein Geld wird geschöpft. Und naja, ich brauche es auch selber nicht zu erklären, denn die Zentralbanken und die Banken selber sind da ziemlich klar. Hier zum Beispiel Ökonomen von der Bank of England. Geldschöpfung unterscheidet sich von weit verbreiteten Missverständnissen. Banken agieren weder als Intermediäre, die Einlagen von Sparern als Kredite vergeben, noch vervielfachen sie verfügbare Zentralbankguthaben, um neue Kredite zu vergeben. In dem Moment, in dem eine Bank einen Kredit vergibt, erstellt sie per Knopfdruck gleichzeitig ein passendes Kontoguthaben des Kreditnehmers und schöpft damit Geld. Wer der englischen Zentralbank jetzt gegenüber misstrauisch ist, dem sei der Monatsbericht 2017, Ausgabe April, von der Deutschen Bundesbank empfohlen, da heißt es wie folgt. Dabei hängt die Fähigkeit der Banken, Kredite zu vergeben und Geld zu schaffen, nicht davon ab, ob sie bereits über freie Zentralbankguthaben oder Einlagen verfügen. Vielmehr wird der Geldschöpfungsprozess durch eine Reihe von ökonomischen und regulatorischen Faktoren begrenzt. Bankseitig findet die Geldschöpfung ihre Grenzen im Ertragskostenkalkül der einzelnen Bank sowie in Mikro- und Makropotenziellen Regulierungsvorschriften. Darüber hinaus wird deutlich, dass auch die Kreditnachfrage und das Portfolioverhalten der Nichtbanken die Geldschöpfung beschränken. Heißt, einfach übersetzt, wenn Banken einen Kredit vergeben, schöpfen sie neues Geld. Das machen sie nur, wenn das profitabel ist. Sprich, wenn sie glauben, der Kreditnehmer ist kreditwürdig und zahlt die Kohle zurück. Und wenn es den Regulierungsvorschriften entspricht, es hat nichts damit zu tun, ob sie genug Geld bei der Zentralbank haben oder ob genug Ersparnisse oder Sparnisse vorher vorbeigebracht haben. Und wie eben schon erklärt, Ökonomen, Professoren, Lehrbücher folgern eben fälschlicherweise aus dieser Loanable Funds Theory, dass also die Banken erst Ersparnisse brauchen, um Kredite zu vergeben, dass auch es erst Ersparnisse braucht, um Investitionen zu finanzieren. Ein Artikel, der von der Bank of England veröffentlicht wurde, widerspricht dem grundlegend. Dort heißt es, wenn ein Kredit zum Zweck der Investitionen vergeben wird, dann ist es das durch diese Kreditvergabe geschaffene Geld, was die Investitionen und folglich, gemäß der Identität von Ersparnissen und Investitionen in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, auch die Ersparnisse ermöglicht. Ersparnisse sind daher die Folge, nicht aber der Auslöse einer solchen Kreditvergabe. Nicht Ersparnisse, sondern Kredite finanzieren Investitionen. Andersherum zu argumentieren, verkennt die jeweilige makroökonomische Rolle von Ressourcen in Klammern Ersparnissen und schuldbasiertem Geld in Klammern Krediten. Heißt, übersetzt und runtergebrochen, nicht Ersparnisse finanzieren Investitionen, sondern komplett andersrum, Investitionen finanzieren Ersparnisse, wenn man so will. Interessant ist außerdem ein empirisches Experiment, bei dem ein Kredit bei einer Geschäftsbank aufgenommen wurde und gleichzeitig geprüft und beobachtet, welche internen Buchungen das denn bei der Bank auslöst. Und herauskam, um dem Kreditnehmer die Kreditsumme gut zu schreiben, wurden keine anderen Konten berührt, es wurde auch nicht geprüft, ob es irgendwo genug Geld oder Einlagen gibt. All das wurde nicht gemacht. Der Vorstand der kooperierenden Bank, Raiffeisenbank Wildenberg, gab im Anschluss dazu folgendes Statement. Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Werner, gemeint ist hier der Ökonom Richard Werner, im Zusammenhang mit der mit Ihnen durchgeführten Krediteröffnung im August 2013 kann ich gerne bestätigen, dass weder ich als Vorstand der Raiffeisenbank Wildenberg EG noch unsere Mitarbeiter vor oder während der Kreditvergabe geprüft haben, ob wir ausreichende Geldmittel bei unserer Zentralbank, der DZ Bank AG oder der Bundesbank vorhalten. Ebenfalls haben wir keine diesbezüglichen Buchungen vorgenommen und auch keine Überweisungen oder Kontodispositionen durchgeführt, um die Kreditsumme auf Ihrem Konto zu finanzieren. Damit haben wir keinerlei Prüfung oder Handlungen vorgenommen, um Liquidität bereitzustellen. Freundlichen Grüßen, blablabla im Reden. Schon krass, oder? Und auch schon krass eindeutig. Naja, im Brief haben wir, den wir das da alles präsentiert hatten, dann die Uni gebeten, eine eigenständige Prüfung durchzuführen, ob denn die gelehrten Theorien, Loanable Funds, Money Multiplier, denn noch valide, noch gültig oder mindestens pädagogisch wertvoll sind und wenn sie zu der gleichen Schlussfolgerung kommen wie wir oder wie die Zentralbanken und die Geschäftsbanken, dass sie eben nicht mehr valide sind und eben auch pädagogisch nicht wertvoll, weil die Schlüsse eben ganz andere sind, dass wir dann Vertrauen darin haben, dass sie die Lehrbücher und die Unterrichtsmaterialien nicht mehr nutzen und korrigieren und durch neue ersetzen. Das war dann also der Brief, den könnt ihr, wie gesagt, auch unten in der Videobeschreibung nochmal im Original in Englisch und in der deutschen Übersetzung nachlesen. Die spannende Frage ist aber ja, was passierte dann? Insgesamt gab es sehr wenig Rückmeldungen. Die erste Rückmeldung war tatsächlich von einer Professorin, die uns dann eingeladen hat, ihrer Einsteiger-Makro-Vorlesung am nächsten Tag doch beizuwohnen und wir dachten, okay, warum will sie uns jetzt beweisen und wir erzählen Quatsch, sie macht das eigentlich ganz anders, was ja okay gewesen wäre, mutter Move. Sind wir also hin zu zweit, haben uns das angeguckt und das Ergebnis hätte genau den gleichen Mist gemacht. Hat uns eigentlich total bestätigt in dem, was wir in dem Brief eben kritisieren und was unsere Erfahrungen vorher auch schon waren und dann in der Pause im Gespräch sagte sie dann noch, sie wäre ja total verwundert gewesen, also warum man nicht mit ihr mal gesprochen hätte, das hätte man ja auch kommunikativ lösen können, da muss man nicht gleich so einen offenen Brief und sie glaubte, glaube ich, dass sie gar nicht das macht, was in dem Brief steht und uns irgendwie jetzt überzeugt hätte, ah, sie macht ja was ganz anderes, obwohl sie den gleichen Mist gemacht hat, also da ein total schräges Gespräch. Aber immerhin noch, würde ich sagen, halbwegs Goodwill gezeigt. Und um das noch zuzufügen, natürlich ist es nicht so, dass wir mit dem offenen Brief das Thema das erste Mal adressiert haben, wir haben natürlich alle das Thema auch schon angesprochen gehabt, ich habe etliche Diskussionen darüber geführt, mich sogar mit einem Prof, dazu vorher getroffen gehabt und explizit mal 40 Minuten darüber gesprochen, ihm die ganzen Zentralbank und Bankbeweise vorgelegt und meinte nur, ja, also kann er jetzt so a talk bei einem Kaffee, also er liest das, aber kann ja jeder, jeder alles sagen. Wirklich schräg, auch irgendwie wissenschafts- und empiriefeindlich, ja, war ganz schräg. Ich will nur sagen, wir haben auf jeden Fall versucht, das Gespräch zu führen und das Gespräch zu suchen und naja, irgendwann muss man eben Stufe 2 gehen und Stufe 2 war dann der offene Brief. Aber das mit dem Goodwill, den ich eben erwähnt hatte, sollte gar nicht so lange Bestand haben. Dann hat uns glücklicherweise der Studiendekan eingeladen. Der Studiendekan ist derjenige, der maßgeblich die Lehre verantwortet und bei dem Treffen hatten wir vorgeschlagen, jedoch eine öffentliche Debatte zu machen und dann die Leute von Zentralbanken und Banken einzuladen, damit Maastricht sich sozusagen zeigt, schaut her, wir führen die Debatte und wir sind offen. Das hat er abgelehnt, weil er dann meinte, nee, 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 da können die Professoren ja gar nicht ihr Gesicht machen und nicht offen reden. Viel besser wäre doch ein internes Treffen mit drei Professoren, mit ihm und mit zwei Leuten von uns. Also total eine Unterzahl und uns wurde untersagt, noch Leute von außen dazuzuholen. Das war mein Vorschlag, lass uns doch irgendjemanden von der Zentralbank oder Bank einladen, damit wir inhaltlich diskutieren können. Das fand er allerdings für nicht notwendig. Dann einige Wochen später war der Termin gefunden, das Gespräch von statt. Ich bin hingegangen mit einem Beinkollegen dann uns gegenüber, die drei Professoren und der Studiendekan und ungelogen. Die ersten 45 Minuten waren erstmal, wie kommt ihr darauf, diesen offenen Brief zu schreiben? Das war unverschämt, das ist kein gutes Vorgehen. Das ist eine Kriegserklärung gewesen, waren seine Worte. Ich erinnere mich noch ganz genau und habe es auch protokolliert. Und uns wurde es zum Vorwurf gemacht, erstmal nur über die Form zu sprechen. Die Form offener Brief und damit seien wir zu Aktivisten geworden, hätten den Boden der Wissenschaft verlassen. Erstens, als würden sich Aktivismus und Wissenschaft per se widersprechen. Schon mal streng. Zwar erst, haben wir ja wissenschaftlich gearbeitet, indem wir Evidenz vorgelegt haben und gezeigt haben, was aktuell an der Uni Maastricht gelehrt wird. Aber erstmal 45 Minuten einkloppen auf die Studis. Müsst ihr euch das wirklich vorstellen. Drei Profs, der Studiendekan, zwei Studis, die sich ein bisschen was für bessere Lehrer interessieren. Da wird erstmal eingeprügelt. Verbal natürlich nur, versteht sich klar. Daneben gab es noch einige andere plumpe Ablenkungsmanöver. Zum Beispiel dieser Klassiker, wir sind ja schon total plural und die Profs sind ja auch alle kritisch und es wird ja nicht nur strikt nach Lehrplan unterrichtet, bla bla bla, so nach dem Motto, was ihr da sagt, wäre quasi reine Lehre. Aber das machen wir ja gar nicht. Was aus drei Gründen schräg ist. Erstens ist es schräg, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Im Lehrplan, in den Klausuren, in den Literaturempfehlungen ist davon nichts zu sehen. Auch die Erfahrung der Studis im Unterricht gibt das nicht wieder. Zweitens ist die Uni so ausgerichtet, dass eben vor allem die Lehrbücher das Relevanteste sind. Das ist das, was die Studis am meisten lesen und was sie reproduzieren müssen in Arbeiten. Das heißt, das Kritische findet da keinen Widerhall. Und drittens, wenn sie denn selbst so kritisch sind, könnte man ja mal fragen, warum brauchen sie dann erst 45 Minuten Abwehr gegen einen offenen Brief? Warum findet sich dann keiner, der das unterstützt? Warum gibt es nur diese Strohmänner- und Ablenkungsmanöver? Nach den anfänglichen 45 Minuten haben wir es dann irgendwann geschafft, über die Inhalte zu sprechen. Da wurde es aber nicht besser. Die Diskussion war total schräg, alle irgendwie durcheinander. Ich bin dann irgendwann zur Tafel gegangen, die in dem Raum hingen, habe gesagt, Leute, wir können es ja mal übersetzen. Ich habe die Bankbilanzen aufgezeichnet. Das ist das, was geleert wird. Das bedeutet, dass in der Bilanz, wenn Kredit vergeben wird, das ist, was Bundesbank, Bank of England, die Bank, die wir da im empirischen Tester zitiert hatten, sagt und so weiter und so fort. Das ist das, was unterrichtet wird und das ist das, was die Evidenz gibt. Und da müssen wir darüber reden, dass sich das grundlegend widerspricht. Also die offene Frage. Wie gesagt, die Diskussion war völlig schräg, alles durcheinander und die einzige Schlussfolgerung, die man so halbwegs dann treffen konnte, war, okay, ja, also so reine Lehre, na klar, das stimmt irgendwie nicht so ganz und Loanable Funds Theory ist eine notwendige Vereinfachung, aber, also man dürfe ja auch die Studenten nicht überfordern und das wäre natürlich zum Einstieg sehr gut, um das zu verstehen, was völlig falsch ist, weil die Schlussfolgerung aus dieser Loanable Funds Theory, dass Banken kein Geld schöpfen, sondern nur Ersparnisse verleihen, wie jetzt schon mehrmals dargestellt, ganz andere sind, dann ist Geld knapp, statt nicht knapp zu sein, dann finanzieren Ersparnisse Investitionen, statt, wie es in der Realität ist, dass erst die Investition kommt, die per Kredit finanziert wird und woraus dann Ersparnisse entstehen. Alles verändert sich, das ist maßgeblich ein Einfluss und zum Money Multiplier wurde dann auch gesagt, ja, das ist schon ein bisschen elaborierter als so dieses Loanable Funds, auch, ja, da muss man drüber streiten, ob das wirklich so hinreichend ist, aber Theorie ist ja auch immer dazu da, um das nur näherungsweise zu erklären und da wäre es schon okay. Ah ja, und zum Abschluss gab es natürlich noch die dreiste Lüge, dass sie am Anfang mit der Loanable Funds anfangen, aber dann nachher das natürlich korrigieren und komplexer werden, dann Richtung Master, Richtung PhDs, wenn die Modelle komplexer werden. Das ist eine dreiste Lüge, weil das einfach falsch ist, weil die Annahmen vom Anfang nicht reflektiert und nicht korrigiert werden, sondern die schleppen die einfach mit. Und also, ich habe da ja den Master gemacht, andere den Bachelor, von daher auch das einfach wieder Ablenkungsmanöver. Zum Abschluss des Gesprächs dann der Studiendekan wieder sich eingemischt und eine ganz schreckliche, aber symbolische Schlussfolgerung gezogen, so nach dem Motto, die Diskussion habe ja gezeigt, auch die Professoren sind kritisch und hinterfragen. Nachdem ich sie damit konfrontiere mit einem offenen Brief und sie in dem Gespräch ihre schräge Position nicht aufrechterhalten können, dann fuhr er fort und sagte, und außerdem habe ich die Diskussion gezeigt, es gäbe ganz viele Grautöne, nicht nur schwarz und weiß, worauf ich dann entgegnete, aber nee, ist falsch, tut mir leid. Es gibt in dem Fall in dieser konkreten Frage schwarz und weiß. Wenn die Bank einen Kredit vergibt, dann verlängert sich die Bilanz oder sie verlängert sich nicht. Sie kann sich nicht nur ein bisschen verlängern oder ein bisschen nicht verlängern und das entscheidet eben ganz viele ökonomische Fragen, die daran anschließen, woraufhin er nur meinte, ja, das kannst du ja behaupten, aber ihr seid ja die Studenten und das sind die Professoren. So nach dem Motto, wir haben eh nichts zu melden, wo ich dann gesagt habe, ja, aber es ist nicht hier Student hingegen Professor. Ja, leider ist es in dem Kontext gerade so, aber eigentlich stehen wir hier nur stellvertretend für die empirische Evidenz aus dem Test, für das, was Geschäftsbanken sagen, für den Bank of England Bericht, für den Bundesbank Bericht, für die Zentralbanken, also eigentlich Professoren gegen Bundesbank, gegen Bank of England und gegen diesen empirischen Test und gegen andere Ökonomen. Das muss man auch mal sagen, weil in der postkensianischen Theorie ist das sehr etabliert, dass Banken natürlich Geld schöpfen per Kreditvergabe. Am Ende muss man bilanzieren, Ergebnis, nichts. Wir haben dann im Gespräch gesagt, ja, wir würden nun mal ihre eigenen Bücher prüfen und gerne auch Vorschläge annehmen und so. Wochenlang nichts gehört, dann irgendwann nochmal einen Zoom gehabt, wo der Studiendekaner meint, ja, so Alternativen hätten sie geprüft, aber die hätten sie alle für pädagogisch nicht so doll empfunden. Deswegen würden da jetzt keine Änderungen zu erwarten sein. Wir waren mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden, hatten ein bisschen Welle gemacht an der Uni, ein bisschen Presse bekommen, aber de facto eigentlich nichts erreicht. Allerdings kam dann die größere Studenteninitiative, Rethinking Economics, weltweit, so Pluralo, Studenteninitiativen sich vernetzen und Initiativen planen auf und zu, ob wir denn sowas nicht nochmal größer auflegen sollten. Das habe ich dann mit denen auch gemacht, auch mit einem offenen Brief, mit einer Kampagne um 28 Studentengruppen weltweit, Dänemark, Deutschland, Niederlande, Südafrika, wo auch immer, haben einen dann angepassten, aber sehr ähnlichen offenen Brief an ihre Universitäten geschickt und der Brief hatte tatsächlich auch sehr namenhafte Unterstützung von Steve Keen, von Eckhard Hain, von Marc Lavoie, von Kate Raworth, von Victoria Schick und vielen, vielen mehr. Auch das Ergebnis war allerdings enttäuschend. Es gab einiges an Presse dazu, es gab einige Veranstaltungen, aber nur sehr wenige Studentengruppen haben wirklich substanzielle Resonanz erhalten und geändert hat sich, soweit ich weiß, bis heute da nichts. Warum erzähle ich all das? Nun, weil ich finde, dass es sehr gut zeigt, was in der VWL schiefläuft, wie schwer Paradigmenwechsel sind und wie stark auch die Ablehnung gegen wissenschaftlichen Fortschritt und vor allem auch gegen Änderungen in der Lehre sind. Der weltweit bekannte Ökonom John Maynard Keynes sagte einmal sinngemäß über sich selbst, wenn sich die Fakten ändern, dann ändere ich meine Meinung, meine Position. Das ist so ein bisschen ja auch das Ideal der Wissenschaft. Wir haben es in der Corona-Krise erlebt, ein Christian Drosten, der sich zwischendurch auch korrigiert hat und angepasst hat. Ist auch völlig okay, das ist auch sehr notwendig, nur so kann sich Wissenschaft ja auch fortentwickeln. Ist allerdings nichts, was wir in der Lehre bei der VWL sehen. Da gilt nicht das bessere Argument, da gilt nicht wissenschaftlicher Fortschritt, zumindest nicht außerhalb des bestehenden Paradigmas, der Neoklassik und daran angrenzender Theoriestränge. In der VWL geht es eher nach Dominanz, nach Herrschaftsdiskurs, nach Karriereinteressen und nach Befindlichkeiten. Und ich muss auch ehrlich sagen, klar bin ich enttäuscht, denn dann der Studiendekan vor mir sitzt mit seinen drei Professoren und uns kleinen Studis, die mal einen offenen Brief schreiben, sagt, das ist eine Kriegserklärung, was ihr hier gemacht habt und das würde alles nicht gehen. Aber aus individueller Sicht kann man es natürlich verstehen, dass da Profs sind, die das selber gelernt haben, die sich tief reingekniet haben, das alles zu verstehen und ihre Karrieren darauf begründet haben. Wenn sie jetzt anerkennen, dass es mit dem Geld doch anders ist und das alles in sich zusammenfällt wie ein Kartenhaus, dann sind ihre Lebenswerke irgendwie auch dahin. Die Paper, die sie geschrieben haben, die Lehrbücher, die sie geschrieben haben, die Kurse, die sie gehalten haben. All das ist dann irgendwie falsch und ein Stück weit entwertet. Aber es muss eigentlich nicht entwertet sein. In der Wissenschaft kann sich ja weiterentwickeln. Nur wir haben leider keine Kultur, zumindest nicht in der VWL, in der es gesichtswahrend okay ist, seine Position so aufzugeben. Ich könnte sich ja wünschen, dass das so wäre, aber so ist es leider nicht. Und auch die Konkurrenz von Paradigmen und Denkschulen könnte ja mit einer positiven Fehlerkultur sehr gewinnbringend sein für die Wissenschaft und für die Lehre als Ganzes. Aber so ist es leider nicht, weil das Bestehende einfach abgewertet wird. Gegen Empirie, gegen Logik, wie das Beispiel Banken und Geldschöpfung hier eben zeigt. Macht notwendige kleine Anpassungen, da wo es irgendwie okay ist, man sich selbst nicht irgendwie sozusagen aus einem eigenen Narrativ katapultiert versucht, die Dominanz beizuhalten im Kollektiv. Und diejenigen, die da mitmachen, die werden in dieses Kollektiv aufgenommen und die werden mit schönen Lehrstühlen, guten Karrieren, schönen Veröffentlichungen belohnt. Wenn man sich zum Beispiel die Top 5 Journals anguckt, in der VWL sind alles vor allem neoklassische oder sozusagen ökonometrische Dinger, die aber nicht grundlegend die Theorie hinterfragen. Und wenn man Postkensianisch zum Beispiel veröffentlichen will, wo das mit der Geldschöpfung der Banken eben perfekt wiedergegeben ist und was auch mit dem, was Zentralbanken und Banken sagen, eben total d'accord ist, naja, da kommen diese Top 5 Journals eben nicht so einfach rein. Und wenn man diese Top 5 Journals nicht reinkommt, nicht veröffentlicht, kriegt man schlechtere Lehrstühle und so weiter und so fort. Und so gibt es eben Mechanismen, die dazu führen, das bestehende Kollektiv wehrt sich trotz aller Empirie, trotz aller Logik gegen Fortschritt, gegen Änderungen von außen. Das, was so gerade geht, nehmen sie minimal mit auf, aber im Grundsatz ist es ja ein sehr wissenschaftfeindliches, ein sehr fortschrittfeindliches Verhalten. Es klingt übel, es ist übel und man muss sagen, mit seriöser Wissenschaft und Lehre hat das in der Mainstream VWL leider nicht viel zu tun. Es ist, wie ich eingangs sagte, eigentlich eine Beleidigung, wenn die VWL sich Wissenschaft nennt, für andere wirklich wissenschaftliche Disziplinen. Das war mal ein ganz anderes Video. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine anderen Videos mehr zu verpassen, schreibt gerne auch in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr selbst solche Erfahrungen gemacht habt als Studis, das fände ich sehr interessant. Und ja, wenn ihr gerade Studie an irgendeiner Hochschule seid, kann ich euch nur ans Herz legen, auch sowas zu machen, das ist extrem lehrreich und es ist natürlich immer wieder notwendig, den Finger in diese Wunde zu legen, denn VWL ist eigentlich so eine wichtige Wissenschaft, die auch für Politik, für Wirtschaftspolitik, für Finanzpolitik, für Geldpolitik, für alles so relevant wäre. Aber da brauchen wir gute Einsichten, da brauchen wir gute Lehre, denn wenn wir schlechte ökonomische Berater haben, dann treffen die Politiker schlechte Entscheidungen und das wollen wir ja eigentlich nicht. Wenn ihr den Kanal finanziell unterstützen wollt, könnt ihr es über paypal.me, Steady oder den Geld für die Welt Newsletter mit einem Bezahlabo tun. Das hilft sehr, das freut mich. Ansonsten, bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.